Hallo liebe Fans und Willkommen zu einer neuen Sendung von... Von... Auf dem Weg zum Urlaub! Ja! Rast mal wo wir hinfahren. Nach... Oberstdorf! Ich zeig euch mal, wie die Landschaft so draußen ist. Schön, oder? Wir sind grad auf der Autobahn. Und ich. Werner weißt aber, jetzt weißt du was in Oberstdorf los ist. Ich zeig euch mal, die... Mitfahrer! Der Autofahrer... Die Beifahrerin... Peter Emrich! Die Beifahrerin... Inge Emrich... Und die Mitfahrerin... Und die Mitfahrerin... Sirka Emrich! Jo! Jo!